Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des CC-Podcasts. Ich bin der Christoph und heute gibt es mir einen Tipp für euch. Und zwar geht es diesmal um einen Tipp für das Fotografieren auf Reisen. Wir waren, wie ihr hier unschwer kennen könnt, in Dubai und Abu Dhabi unterwegs, hatten da mal wieder Bootcamp. Und da ist mir wieder ein alter Trick in Erinnerung gekommen, wo ich mir gedacht habe, da nehme ich jetzt mal schnell ein paar Bilder auf, um euch das Ganze dann zu zeigen. Und zwar geht es darum, ich mache das Ganze mal groß, ihr kennt es sicher. Ich habe hier am Schluss noch Bock gehabt, die Moschee einmal in der Totalen draufzunehmen. Da sind wir gerade zum Bus gelaufen, ich hatte nicht viel Zeit. Aber es sind wieder dauernd Leute durchs Bild gelaufen. Es ist kein Bild hier, die Dame hier rechts, die macht hier noch ein Selfie nach dem anderen. Hier zwei Typen laufen da durch, die anderen laufen auch durch. Und kaum war die Frau dann fertig mit Laufen, sind da hinten schon wieder den Echsten gekommen. Und das Problem hat man ja öfter, gerade wenn man an so Sehenswürdigkeiten im Urlaub ist, wo sehr, sehr viel los ist, gerade auf so Plätzen und so weiter. Da schafft man es eigentlich nie, das Ganze ohne Menschen abzulichten. So, jetzt mein Tipp bzw. Trick für euch. Macht ruhig aus der Hand, ihr seht, die Bilder sind alle aus der Hand geschlossen, da wurde kein Stativ verwendet. Macht mehrere Bilder von der gleichen Situation, immer mit ein paar Sekunden zwischendrin. Also nichts in der Einstellung und so weiter verändern. Einfach ein paar Bilder durchknipsen, sodass ihr eine Variation habt, wo sich Leute drauf bewegen. Umso mehr Leute auf dem Platz sind, umso mehr Bilder würde ich machen. So, und jetzt dann zum Trick. Es geht darum, ich markiere mir hier mal alle, oh, jetzt habe ich wieder zu weit gescrollt, wo war das erste Bild hier, mit Shift einmal alle markieren. Dann funktioniert Lightroom genauso, ja, oder aus dem Feind heraus, ich bin halt jetzt im Bridge. Gehe rechtsklick und sage, öffnen mit Adobe Photoshop CC. So, jetzt macht ihr mir hier alle nacheinander auf. Und alles, was ich jetzt machen muss, oh, Moment, ich muss hier mal schnell umwechseln. So, schaut das doch viel schöner aus, ja, übersichtlicher. Alright, alles, was ich jetzt tun muss ist, also entschuldigt auch, ja, das Bild ist jetzt natürlich nicht entwickelt oder irgendwas. Ich habe hier auch noch die ganzen Sensorflecken drauf. Es ist auch kein super tolles Bild, aber ich wollte einfach noch die Moschee einmal in der totalen fotografieren. So, alles, was ich jetzt mache, ich packe mir jetzt diese ganzen Ebenen und ziehe mir die hier in ein Dokument rein. Da muss ich auch mich gar nicht anstrengen, die müssen nicht übereinander liegen oder was. Also, ich markiere die nacheinander, werfe die hier alle rein. Aus Lightroom habe ich sogar die Möglichkeit zu sagen, alle als Ebenen öffnen, ja. Öffnen mit, glaube ich, heißt der Befehl und dann öffnen in Photoshop als Ebenen oder sowas. Das ist natürlich in dem Fall sehr hilfreich, denn ich brauche die jetzt alle in einer Datei. Ich ziehe mir die jetzt da rein. Die, wo ich nicht brauche, die lösche ich gleich wieder oder schließe ich. Das letzte Bild rüber damit, zack, so. Jetzt habe ich die hier alle zusammen, markiere die mit Shift und habe jetzt schon mal die Möglichkeit über Bearbeiten, Ebenen automatisch ausrichten, Auto, das passt auch, OK drücken, dass mir die alle von Photoshop automatisch schön übereinander gelegt werden. Das heißt, ich kann die hier ein- und ausblenden und das passt von der Ausrichtung eigentlich. So, was ich jetzt machen kann, und das ist ein Trick, der funktioniert nicht immer. Also das Ganze, was ich euch jetzt sage, ist unter Vorbehalt, ja. Ich habe das auch beim Photoshop-Workshop in Dubai, haben wir das getestet. Da ging es, also ich habe es am Vorabend getestet, da hat es wunderbar funktioniert. Bei der Vorführung, da war dann der sogenannte Vorführeffekt, ja, da hat es wieder nicht mehr getestet. Schauen wir mal, was jetzt rauskommt. Und, also ich markiere mir die alle, mache mir daraus ein Smart-Objekt, ein Smart-Objekt konvertieren. Und jetzt kann ich, jetzt sind hier alle Ebenen drin gesammelt, kann ich hier überebenen und dann, Moment, erstmal alle Menübefehle einblenden hier, Smart-Objekte, Stapelmodus, hier angeben, wie die miteinander verrechnet und dargestellt werden sollen. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, beziehungsweise habe ich das Ganze auch, ich habe es irgendwann vor vielen Jahren mal in einem YouTube-Tutorial gesehen, ich weiß leider nicht mehr, wo genau. Auf jeden Fall ist bei mir meistens oder fast immer Median oder arithmetisches Mittel, ja, Zungenbrecher, macht meistens die besten Ergebnisse. Ich klicke das mal und der schaut jetzt einfach, na, hat wieder nicht ganz funktioniert. Er schaut jetzt einfach, welche Bildbereiche das gleich bleiben und welche das sich bewegen und versucht das dann rauszurechnen. Wie gesagt, manchmal funktioniert das sehr gut, dann ist nichts mehr zu sehen, manchmal bleiben aber auch so kleine Reste. Wäre jetzt natürlich immer noch einfacher, hier auf einem Riesenplatz wie, keine Ahnung, Times Square oder was, zwei so Männle rauszureduzieren als natürlich 150. Aber ich bin jetzt nicht so ganz damit zufrieden, ich hatte vorher ein Bild, da war das besser und da zeige ich euch jetzt gleich noch eine andere Möglichkeit. Ihr könnt gerne noch hier mal durchgehen und eben, alle Menübefehle sage ich jetzt wieder, hier mal noch andere durchgehen und probieren. Arithmetisches Mittel zum Beispiel, wie gesagt, naja, schau, dann macht ihr mir hier was ganz anderes rein. Klappt leider nicht immer so gut und deswegen mache ich das Ganze wieder rückgängig. Ich habe hier mein Protokoll offen, sage Ebenen automatisch ausrichten, das war das Letzte und jetzt suche ich mir hier einfach das zum Beispiel und das darunterliegende. Und jetzt machen wir das einfach auf die alte, bewährte Art und Weise. Ich nehme mir die oberste Ebene, mache mir eine Maske, nehme mir einen Pinsel, den mache ich am besten ein bisschen kleiner, der ist nämlich sehr groß, nehme eine schwarze Vordergrundfarbe, die wechsle ich mit X, also mit X könnt ihr übrigens Vorder- und Hintergrundfarbe wechseln, das ist ein ganz cooler Shortcut eigentlich. Und mit schwarzer Farbe maskiere ich mir jetzt einfach die Dame hier weg. Da das Ganze vorher ausgerichtet ist, sehe ich den Hintergrund hier perfekt und ich kann sogar noch das kleine Manschgerle hier hinten wegmachen. Zack, links nach rechts, paar Mal drüber pinseln. Und so habe ich auch im Nullkommanichts mein Bild eigentlich frei von Leuten. Also das ist dann der alte, was heißt Trick, das ist ja kein Trick, das ist einfach eine Maske. Das ist einfach der Weg, der immer funktioniert auf jeden Fall. Manchmal, wie gesagt, funktioniert das Ganze über das Smart-Objekt. Das muss man einfach testen, gerade wenn viele Leute im Bild sind, macht es natürlich Sinn oder ist es natürlich schon Zeitersparnis, wenn man das schafft, das Ganze hier über das Smart-Objekt und dann über die Ausrichtung eben rauszurechnen. Falls es nicht klappt, dann geht immer noch die gute alte Maske. Alright, dann wünsche ich euch viel Spaß in eurem nächsten Urlaub. Probiert es mal aus, schießt einfach mehrere Bilder aus der Hand. Ja, von dem Tripad geht es natürlich auch, aber es geht eben auch aus der Hand, weil man hat ja nicht immer ein Stativ dabei. Schießt eure Bilder von belebten Plätzen und versucht euch dann im Nachhinein die Leute da einfach zu entfernen. So, ich werde das Bild jetzt dann demnächst bestimmt noch bearbeiten. Ihr seht es wahrscheinlich dann bei mir irgendwo auf Facebook oder so. Und dann, ja, könnt ihr auch gerne kommentieren, wenn ihr das Video gesehen habt. Und gerne auch hier unter das Video Fragen und Kommentare und so weiter posten, wenn irgendwas unklar ist. Ich versuche das immer so schnell wie möglich zu beantworten. So, freut mich, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns wieder, ja, nächsten Mittwoch und dann mit einem neuen Tipp, Trick oder Workflow oder irgendwas, was mit Photoshop oder Lightroom zu tun hat. So, schöne Woche euch allen. Bye, bye.